Wenn du die Spur von Francis Drake finden willst, müssen wir in die Altstadt. Das hier ist die Neustadt? Naja, relativ. Die Stadt wurde vor mindestens 3000 Jahren gegründet. Also gut, geh vor. Okay, da. Seht ihr den Turm da vorn? Dort beginnt die Altstadt. Da müssen wir hinkommen. Salaam. Okay, hier durch. Okay, jetzt müsst ihr euch benehmen. Ja, Ma'am. Ich mein's ernst. Die Polizei patrouilliert hier überall und Aufmerksamkeit können wir nicht brauchen. Kein Ding. Wir gehen über den Markt. Okay, sie haben wohl die Straße abgesperrt. Ich schau mal, was sich machen lässt. Ihr bleibt hier. Sie trägt ihn auch. Oh ja, dann scheint es hilft es hier unten sehr. Was heißt das? Keine Ahnung. Und? Okay, schlechte Nachrichten. Sie lassen niemanden durch. Hey, wir versuchen's hier. Ich kenne einen anderen Weg. Das Ding ist abgeschlossen. Okay, hier hoch. Na toll, noch mehr Bullen. Ja, anscheinend kommen wir hier auch nicht durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Hey, hier hoch. Es muss noch einen anderen Weg geben. Na los, mir nach. Bei euch alles klar? Ja, wir kommen. Ach komm, das ist eine Abkürzung. Schon okay. Hat aber nichts kaputt. Ja, wir sind richtig. Okay. Okay, da. Da unten. Diese Gebäude waren schon hunderte Jahre alt, als Francis Drake lebte. Gut. Nicht schlecht. Hey, hey. Talbot. Wer? Er hat Cutters Notizbuch. Was? Halt, was? Charlie Cutter? Keine Zeit. Charlie kann alles erklären. Moment mal. Jawohl. Wir sehen uns unten. Na. Wenn du. Ja. Ja. Na. Ja. Ich bin ja. Auf. Schau! Sie wissen nicht, wann's genug ist, was? Dann mal los! Na, immerhin etwas. Auf ihn! Hallo, Jungs. Na, immerhin etwas. Na, immerhin etwas. Na, immerhin etwas. Nate! Nate! Okay, na lang. Schnell! Hier, runter! Hier durch! Schnell! Nichts wie weg hier! Hey, hier rein! Klärt mich bitte mal jemand auf? Wer waren die Typen? Und was hat Charlie mit dem Ganzen zu tun? Er hat uns bei der Sache geholfen. Ein Moment, hat? Ist er tot? Nein, nein. Er und Chloe. War's Chloe auch? Ja, aber sie stiegen aus, als Katte sich das Bein brach. Er brach sich das Bein? Zum Glück hat er sich bei dem Stürz nicht das Genick erbrochen. Ihm geht's gut. Ja, also immer noch besser als zu verbrennen. Ich wär auch gesprungen. Nicht hilfreich. Okay, dann sagt mir jetzt endlich, wonach ihr wirklich sucht. Das. Das. Komm her. Charlie, sieh dir das an. Glaub dich, sind wir los. Was haben wir da Schönes? Wir sind wohl direkt in den Geheimeingang gestolpert. Oh, wirklich beeindruckend. Ohne Ausrüstung bringen ich da keine Zehnpferde runter. Frag doch den Teppichhändler von eben. Nee, ich mein, knarren Waffen. Er ist doch gar kein Teppichhändler. Ah, wirklich. Hey, äh, pass aber auf dich auf, okay? Ja. Okay, was erzählst du mir da für ein Zeuge bei Sally? Die Kerle sind nicht wegen historischer Forschung hier und du auch nicht. Es, es geht um diese Marlow, hab ich recht? Ja, aber... Sieh dir das hier an. Ich habe sie endlich. Und es ist, wie ich gesagt habe. Das... wurde zu dem. Und das brachte uns her. Zu einem Loch in der Erde. Wie immer. Nur vom Feinsten. Kaum gib es zu. Du liebst das hier genauso sehr wie ich. Nein. Nein, nicht mehr. Wirklich? Na gut, dann... Wie wäre es, wenn du... Einfach gehst? Was, ich? Ich? Soll gehen? Haha. Echt lustig. Schrotflinten? Warum nicht? Was zum... Was? Er hatte nur zwei. Toll. Na gut. Dann helft mir jetzt mal. Reit. Hilf. Ein langer, harter Weg. Witzig. Was? Nichts, es wird lang und hart. Wollen wir? Okay, Jungs. Geheimer Eingang zu was? Was ist da unten? Das lässt sich herausfinden. Wieder keine Antwort. Da hast du was anderes erwartet.